um die Flugzeuge fallen aus dem Himmel ganz toll so Medikitt bin ich wieder voll will ich mal weg da, ich will mal lesen Trevor, we are going to the on port anyway no other choice, we are sorry, C&L aha, wer C&L keine Ahnung C&L einer ist bestimmt Louis der ist aber uns öffnet eure Augen der Virus war ein Militärexperiment sie wurden in einem Labor hergestellt von Aliens die Wand ist cool was wenn das der erste Kontakt war was wenn du ein Idiot bist frage ich hab die Wende noch nie gelesen zuvor ja doch, den muss man eigentlich lesen die soll ja auch die Story und so erzählen deswegen verwirklich die mitzukriegen das ist aber cool von Aliens und wenn du ein Idiot bist definitiv geil aber hier oben geht es nicht weiter ja mein Herz nur die Reichen bekommen ein Heilmittel das ist gut ich würde sagen wir machen einfach mal weiter nur die Reichen erhalten ein Heilmittel von Aliens wir sind alle Idioten ja left for Aliens Aliens for dead oder so Aliens for dead ja naja holen und ich soll weg da das war die meisten Kürze ist er kein Zeit ziehen diese Überlebens Dingsbums nur noch vor dem Ort du die Leiter um ich würde ein Helikopter auch auch nur ist das Massen mehr bis runter nur weiter oben ja her können was das gemacht die Barrikade angezündet wie vorgeschlagen okay Prozent mit mein Gott Kriegsweteranien die richtige kleine von einem wenn sie in die sie sind nicht für den Arsch ganz klar wir sind zu viel aber dennoch nur zu zweit ja genauer an zwei Kumpanzen leitet den Tod sie doch hier irgendwo das Wort wissen auf mir liegt ein Hunter Hilfe das ist meine Niere die Weg wenn er genau daneben und macht nix hallo geht's noch morgen die Börecken mehr ich bin ja würde mich viel mal wiederbeleben oder Louis falls sie sich mal entscheiden würden könnte ich dir helfen boah Hilfe nein ich muss mich jetzt erst mal ganz kurz verarzt ich habe nur 25 Lebenspunkte ja ich wurde ihm scheiße das ist Mocker nein ich bin tot das läuft nicht so wirklich noch Plan oder nein danke Bill danke Louis okay erste Hilfe die husten alle hier rum so alles Hardcore Raucher Munition sind auch alle Alter ich konnte mich eben nur drehen und nur schießen ey ich bin vor allem Zeit dahin gefahren ja nicht hat die oben das Problem mit dem blöden Hunter und dann der Smoker ich hasse die NPCs ich hasse die NPCs Munition sind alle ja ich habe noch 130 Schuss ja ich habe nur noch 10 ja ich habe nur noch 10 sind 10 Kills Boomer hier liegt aber auch keine Munition ja keine einzelne Patrone nix ne das sieht ziemlich schlecht aus hier liegt noch eine zweite Pistole aber sonst da ist ein Zombie im Raum ja nicht so ist die Wendel ich bin auch hier schon wieder in uns Mocker weil die Mauer haben die Mauer Muni Mauer Muni Mauer die Pistole nehmen die GD T da gibt Munition hier Munition ah der wirft mir Container nach mir da noch genau ein Lebenspunkt hier auch da liegt Munition die hab ich ja gar nicht gesehen ja Medikid wär mir lieber Herr ganz ehrlich huuuu ich bin nämlich schon fast wieder tot ja weh ich sehe es ich bin ihm nur 80 Hells ha ah ihr habt Medikid gefunden hi 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 ah das war nur eins ne das war nur eins das war nur eins ja bevor es der Louis bekommt nimmst lieber mich ja der nimmt bei mir für sich selbst genau er hat es nämlich gar nicht verdient so da liegt noch ein Medikid da liegt noch ein Medikid schnell 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 oh jetzt sehe ich wieder nix hier das nix mehr das ist leer ja man kann immer gucken wir sind hier nicht zum gucken und keine Zeit für sein die Führerlohre und wir waren Hand das nebenbei ja ich habe nur in der Augen warum spielen nicht mehr leid das ist aber unvorteilhaft dann müssen wir wissen aber mein Prozent mein Filter fuhr auf 160 Grad drehen dann geht's dann sehen kann man hinten sehen aber naja oder so einen Rückspiegel einbauen wie in Rennspielen ja ja bestimmt auch ganz praktisch meine Güte ich gehe viel los ja soviel zum Thema Kleinstadt es wäre halt interessant zu wissen wie viele Leute hier gelebt haben ja so ein Ortstechnik wie viele davon Zombies wurden ja da nur 100 Prozent weil die alle arm waren oh Hilfe, Hilfe, Hilfe Aliens huuuu das ist dann Left 4 Dead 3 der Kämpfer nach gegen Aliens 2 ja wahrscheinlich nicht hier die wir haben die hier hier 100 Prozent da gibt es wieder ich brauche nicht Pille Pille für den Mann ja damit das wieder kann die die war eine Witzung hier irgendwo Wo ist denn die kleine Hex, wo ist denn die kleine Hex, da sitzt sie im Eck, weißt du was, ich verstecke mich hier im Badezimmer, heul doch, heul doch, heul doch, oh, wir sind am Flughafen angekommen, der Flughafen, der Flughafen, International Airport, also wenn das ein International Airport ist, dann kann das auch keine Kleinstadt sein, ne, außer es ist eine große Kleinstadt, aber dann würde das keinen Sinn mehr geben, ja, ja, ich finde, da ist ja nicht mehr Riverzeit hier, ne, glaube ich, ich habe keine Ahnung, ich meine, mit Boot irgendwo dahin hingefahren, mit dem Boot, stimmt, ja, wo sind eigentlich die Leute, die uns eigentlich abgeholt haben, was sind mit denen passiert, die haben wir gegessen, kannibalmäßig, ich habe dafür keine Erklärung, ich weiß es nicht, oh, meine Wut, überall wo du hin siehst, Zombies, ja, Ja, unglaublich, ganze Flughafen und alles zum Zombie geworden, Für das nächste Let's Play spielen wir irgendwas mit mehr Farbe, irgendwas knuffiges, ja, Ja, was kann man denn da nehmen? Hey, left for the 2. Ja, da gibt's, da gibt's Zombie-Clowns, ja. Mit noch mehr, mit nur mehr Bluteffekten, genau. Zombie-Clowns, Zombie-Clowns. Ja, ich habe genauso viele Bluteffekte, ja, das ist genauso geschnitten wie das erste. Ich kann da, ich kann da so durch Zombies durchschießen, ich kann so Löcher reinschießen. Scheiße. Ja, das war jetzt cool. Das habe ich nicht gesehen, das war jetzt sehr, sehr dumm von mir, ja. Oh. Boom. Ich liebe Pipe-Bombs. Die sind auch nicht cool, sondern halt richtig damit umgehen kann, was ich meistens nicht kann. Oh, verdammt. Ah. Was machst du schon wieder? Ah. Kuschelstunde mit dem Smoker? Ja, ey. Hey, Louis ist fast tot. Ja, der ist die ganze Zeit tot. Der ist die ganze Zeit fast. Oh, oh. Äh. Ja, Louis. Ach du Kacke, nee, oder? Noch ne Witch. Ja, noch ne Witch. Und die sitzt wieder genau auf dem Weg. Scheiße, jetzt habe ich sie angeschossen. Oh, oh nein. Geh doch weg, du Hexe. Geh doch weg. Hä, wie Eleganz hier um mein Molotow-Cocktail rumgelaufen ist, ja. Also. Mhm. Respekt, junge Dame. Respekt. Oh, Louis ist down. Oh mein Gott. Was für ein Verlust. In zwei Jahren gelaufen, ey Idiot. Louis, du bist ein Idiot. In zwei Jahren gelaufen, ey. Ich glaube es nicht, ey. Die beste KI, die es gibt hier. Huuu. Das hab ich auch so. Medikid und Piper. Und da liegt noch ein Molotow-Cocktail. Das hab ich echt, ey. Ah. Läuft er da ein durch die Läuft er da durch. Ja, Louis ist der beste Mann im Team. Ganz ehrlich. Ist das glaub ich. Ich. Komm so her. Mit wie, äh, bis kommen von allen Seiten. Ja, Munition wäre halt interessant, ne? Na, Munition habe ich noch. Seem und Smoker. Oh. Oh. Die, 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 die sch Sny Cow. So, ah, bis da, äh Alter Masse halt gefährlich, sag mal so. Ach, Louis, hm ich hast nur rum, ey. Ich brauch, ich glaub, ich überlebe das nicht, Robelesus, du hast doch hier, ey. recken willst ich würde sagen ich würde sagen wir schießen einfach ich glaube mal mein kill verdammt habe ich gesehen tja das ist eben da geht es zum selbe aus nach oben wahrscheinlich ja da steht noch ein boomer das ist wieder so geil platziert auch nun jammer wir rum jammer jammer sie so aus hätten wir doch zwei mädchen im team ich habe mal nie rum ja aber das andere mädchen ja genau noch ein tank alle haben überlebt m weil ich den tank ausgesperrt habe ja der wäre sonst reingekommen tank 64 schaden tank ganz wenig aber du bist doch ja 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 auch sie Vielen Dank.